Was haben wir hier denn für eine Insel? Ja, die ist schnuckelig. Hier können wir Trauben anbauen, aber keine Gewürze. Die ist auch ok. Hier können wir Gewürze. Sind das Gewürze oder sind Kräuter? Kräuter, genau. Kräuter meint ich, nicht Gewürze. 3D. Auch nicht verkehrt. Oh, die ist ja muckelig. Muckelig. Ich gucke zu viel Kliemannsland, deswegen sage ich, dass es muckelig ist. Wir sind im Orient angekommen, oder im Süden. Bars, Kohle, Kupfer, Riff, Gold, Eisen, Datteln, Gewürze, Indigo. Läuft, die Insel ist geil. So. Äh, ich wollte Steuern. Weil, die sollen ja eh nicht aufsteigen, und dann können wir die auch mal ein bisschen schröpfen. Nee. Ein Eiland wurde gesichtet. Ein Eiland. Eilmeldung. Oh Gott. Land voraus! 99. Die sind ja auch ausgelastet, heißt... 5 Werkzeuge, um Werkzeuge herstellen zu können, ist natürlich auch geiler, natürlich. Auch 5 Werkzeuge. Ganz schön teuer hier. Oh, was kann man denn hier anbauen? Seide. Die Insel ist fruchtbar für Seide. Ein Eiland wurde gesichtet. Uh. Was ist das? Zuckerrohr? Zuckerrohr? Kann ich aus Minecraft? Rosen für Parfum? Denke ich zumindest mal. Das sind Sachen, die ich noch nie wirklich gemacht habe. Aber auch nicht, wofür man Quarz unbedingt braucht. Oh, Jamils! Aber hier sollte sonst nichts mehr sein, heißt, man kann auch in hier in die andere Richtung cruisen. Wir sind die coolsten an der Cruiser. Wir sind ja auf 100 Prozent. Hier haben wir 8 von, da haben wir 5 von, heißt aber noch eine Körner, sollte ja voll gematscht werden. Hier sind auch eine Prozent, heißt aber noch ein zweites davon, dann kriegen wir erst ein paar Werkzeuge. Oh, ich möchte mit meinen Füßen. Ja, das ist auch schön. Ich weiß, ihr habt davon absolut nichts gehört, aber glaubt mir, es war schön. ein Eiland wurde gesichtet, ein Eiland, du hast Eyeliner im Gesicht, wow, aber irgendwie die selben Worte. Kupfer, Gold, klar, lass mir hier was anpflanzen, wir können da was hinbauen und wir können da was hinbauen. Das sieht aus wie eine Krabbe, mit viel Fantasie und ein Tumor, 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 Tumor. Eine Insel wurde ausgemacht. Schon wieder. Aber bald mal den Orient gefunden, nö. Oder mal wieder eine neutrale Kraft. Was ist das? Ein Ton. Ah, ich hasse euch. Ist das jetzt schon? Wir wollen Ton warnen. Woher kriegen wir den Ton warnen? Wir müssen wohl mal den Ton warnen. Ich glaub das ist so eine Let's Player Krankheit, dass man einfach richtig stumpfe schlechte Witze raushauen muss. Das ist ne Zwangsneurose von uns. Was haben wir denn hier? Ist das kein Eiland? Was hat denn? Ein Bild. Also ich hab schon ganz schön viel erkundet und sind auf eine neutrale Kraft bisher gestoßen, abgesehen von Northburg. Ihr seid hier immer gern gesehen. Du bei mir auch. Lass uns mal treffen, ne? Saatgutmost. Das brauch ich. Eine Anfangsinsel ohne Most zu haben ist irgendwie ein Schuss ins Gesicht. Zollwarenwerkzeug. Das wär ziemlich cool. Saatgut Hanf. Hm. Wir können... Können wir eine zweite Schmitte bauen. Mhm. 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 Sie haben eine neue Insel entdeckt. Jig doch. Ah, sind aber hübsche Bäume. Akazien sind dat. So, irgendwo so ein Standardbaum für Wüste. Oasen. Da hat man ein paar Akazien entgangen, du. Oh, das Ding ist ja füßig. Rand voraus! Ich dachte grad, das würde hier irgendwo aufhören, aber... Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Holadioch. Ihr wollt meine Männer. Danke. Nö. Die hole ich mir. Die ist ja schnuggelisch. Wir brauchen eine Insel, wo wir Datteln anbauen können. Und am besten Ton. Haben wir so einen? Ein neues Eiland wurde gesichtet. Datteln und Ton. Also Lehm. Glaub, die ist für den Anfang gar nicht so verkehrt. Weiß ich auch. Datteln, Gewürz, Seidee und Froggezeugen. Hm. Also ein Saatgut ist ja eigentlich immer frei. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren her. Alter, du kriegst ne Nackenschelle. Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Seid ihr der Boote, der mir die Waren für mein Experiment? Nein. 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 Ich glaube nicht, dass ich das bin. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Was ist denn mit dem falsch? Also mit Ismir da. Nicht mit mir. Was mit mir falsch ist, weiß ich. Sö, Dalle. Land in Sicht. Hm. Was wollte ich denn? Seid rein sind hier gerade mal. Egal. Äh. Ich glaube so ein weiteres Markthüs ist gar nicht mehr verkehrt. Langsam geht nicht mehr wirklich der Platz aus. Wollte gerade sagen, ihr braucht doch keinen Platz. Aber warum denn? Es tut mir leid. Der hat es mir angetan. Sind wir mehr oder minder voll mit Kampf? Sieht doch eigentlich recht gut aus. Nein, das meine ich nicht ernst. Oh, die ist ja putzig. Sie haben neues Land gesichtet. Mit dem Griff. Fünf Werkzeug. Kampf. Kampf. Und das meine ich, wir sind jetzt bei minus zwanzig geworden. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Da reicht die Küche nicht mehr aus. Deswegen brauchen wir halt noch einen. Der ist weg. Der ist weg. Der hat es mir angetan. Den finde ich schnuggelig. Wo ist denn der kack Orient? bei mir in der Stadt. Hier ist ein Dönerladen. Und der ist Orien. der ist ein Dönerladen. Ich habe ganz schön viel Stöhnen. Stöhnen. Wohl bemerkt. Loink. Loink. Ey. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Ein neues Eiland. Die goldenen Dächer des Orients glitzern am Horizont. Sehr schön. Die habe ich doch gesühlt. Oh, da. Salam Aleikum. Willkommen im Reich. Malaykum Salam. Gib mir das Werkzeug. Someone to care for. To be there for. I have James Woods. Möp, möp. Irgendwo was vergessen. Jetzt kostet ganz so viel. Äh, wo bin ich? Da bin ich. Wo ist der Orient? Das, du. Was führt euch in die Fremde? Ton. Hundiger Schiff zu Maret. Reduziert Verlangsamung und erhöht Geschwindig Geld. Äh. Bye bye. Entschuldigung. Ich glaube, ich werde auch mal schlafen. Wir werden noch mit dem Orien plaudieren. Haben ja die Urkund The Boy. Ihr bringt ein Zeichen eurer Frau im Namen des Sultan. Ich werde dem Kaiser mitteilen, dass euch ein... Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Ähm. Willkommen zurück. Der ehrenwerte Sultan macht euch dieses Schiff zu. Darauf habe ich gewartet. Was verschafft mir die Ehre? Man kriegt eigentlich nämlich von denen ein Schiff. Das Ding ist scheiße, klar. Da können wir nichts drauf anbauen. Da fehlt uns Ton, aber wir können Saatgutton holen. Möge der Hand. Saatgutgewürz? Saatgut. Ton. Da sind wir beim nächsten. Oha. Aber dann nehmen wir uns... Die... Weil wir haben hier... Gewürz und Datteln. Dann bauen wir hier selbst einfach nur noch Ton an. Dann haben wir es ja. Äh. Mein Schiff soll nach... Die Santa Baby. Santa Maria. Ich will... Unser Zusammentreffen ist ein Fingerzeit Gottes. Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Das können wir erstmal aufheben, die Sperre. Dann kriegen wir ein bisschen Plus. Und ich kümmere mich um... Die... Um die nächste Siedlung. Wenn wir das Zusammentreffen... Wo ist denn die... Was sieht das? Ja. Sie hat sich die... Ne, ist gleich die Rieseninsel. Das ist die Rieseninsel. Beide riesig Insel. Werde ich einfach töten. Eine Ruine. Werde ich einfach töten. Oh, eine Ruine. Guck mal ein Schmetterling. Also das hier wird meine Insel. Können natürlich nochmal hier langfahren, um zu gucken. Weil wir vom Orient die Waren dann hin und her karren müssen. Das wird noch geil. Das wird noch geil. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Das ist auch schön. Will ich das nicht. So. Es fehlt noch Holz. Ihr Säcke. Alter. Das Ding ist ja noch besser als das Ding. Hier bauen wir unsere Stadt drauf auf. Auf. Doch, doch, doch. War recht. Muss ich immer denken, dass wir was falsch machen. Äh. Dich bauen wir mal ganz... Wie viel ist in der Mitte haben, weil es mit am coolsten aussieht. Ah, ihr habt euch in südlich. Ah, schau mich an. Der Sultan gestattet es auf Land voraus. Ich bin der Mann, der alles kann. Hör mir zu. Ich bin tausendmal besser. Tausendmal besser als du. Muss man auch mal sagen. Oder wie die Leute wissen, wo dran sind. Cool, dass das hier Sandwege sind. Cool, dass ich komische Dinge cool finde. Ja, lass erst mal hier... Wir haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Hallo. Ja, so halb. Weil ich hier noch die Streben fehlen habe. Aber ne, aber ne. Aber ne. Äh. Äh. Oh, die müssen ja recht viel. Nicht viel. Tatsächlich. Die. Die sind hübschig. Äh, wie. Geil. Ja, bla 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 bla. Die kriegen... Die kosten, ein Werkzeug zu bauen? Hast du einen Arsch offen? Vielleicht ist gegenüberliegend eine schlechte Option. Aber das ist mir egal. Da wollte er mich. Was wollt ihr? Verlasst ihr vier Winde? Mhm. Ihr ollen Schmuddel, Hannesse. Alter, warum hast du denn schon eine Cathedral? Schöne mal deine Base, Digga. Wir holen uns erst mal die Insel. Die will ich mir definitiv sichern. Weil hier ne geile Struktur aufzubauen, hab ich Lust zu. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh, eine Produktion kommt zum Erliegen. Der ist nicht so schön. Stunde dry, es reicht aus. Es reicht. Die Kassel kann ich ja mittlerweile auch bauen. Oder ich weiß nicht, ob ich genügend Leute habe. Oh, yeah. Die ist ziemlich hübsch. Ich kann ihn gar nicht mal aus der Kirche. Das ist die Kathedrale. Ah, ich kann Kartoffelschnaps bilden. Numaden ziehen ein. Mehl. Mehl. Ah. Ah. Ich mach Minus. Ja, das ist mir erst mal so, damit die Hütten sich hier alle füllen mit den Nomaden. Und dann können wir die ausbeuten. Ja. Genauso machen. Hier können wir auch nochmal ne... ...ganze Lutsche. Ne ganze Lutsche. Das sind die Worte, die ich suche. Achso, da kommt das nicht hin wegen... ...alles gut. Wegen der Lutsche. Die machen Plus hier. Plus 19. Wow. Ernsthaft jetzt. Ein Holz. Das war ich abgrundtief. Komm schon. Hab ich was Holz. Du geiles Schnitzel der Verdammtes. Ich sollte schlafen. Ich... ...sollte schlafen. Spielspeicher. Ihr seht, ich hab so ein paar Speicher stehen. Und hier ist mal irgendwie ne andere Karte. Ich hoffe, euers Projekt gefällt euch. Lasst gerne mal ne Bewertung da oder einen Kommentar. Ich verschaue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Hier sehen wir uns dann vielleicht wieder, wenn ihr Lust habt. Schaltet auch ein, wenn ihr Lust habt. Und so weiter. Dann erkennt ihr das Gedusel. Bis bald. Bye. Bye.